Feine Strukturen, robustes Handling, extremes Klima, zertifizierte Abläufe, reine Umgebung, geprüftes Rohmaterial. Für verlässliche Warenströme ist eine Anforderung immer gleich. Sicherheit, Kunststoffe oder Lebensmittel, Pulver, Granulat oder Flüssigkeiten. Basis für die verlässliche Versorgung von Industrie und Verbrauchern sind automatisierte Produktionsprozesse, die funktionieren. Verunreinigungen im Materialfluss können teuer werden. Der Eintrag ungewollter Fremdkörper ist eine große Gefahr. Wie garantieren Sie Ihre Produktqualität? Wie sichern Sie Ihre Produktionsanlagen? Mit Misotronic schützen Sie sich und Ihre Kunden. Sicherheit vor Stillständen, Rückrufen, Forderungen. Misotronic entwickelt und produziert Systeme zur Fremdkörpererkennung für nahezu jedes Material, jedes Tempo und jede Produktionsumgebung. Kundenspezifische Neuentwicklungen entstehen im steten Dialog und mit dem Wissen aus vielen tausend Anwendungen, die schon heute weltweit im Einsatz sind. Viel Erfahrung bei den Spezialisten. Misotronic produziert ausschließlich in Deutschland. Hohe Fertigungstiefe und optimierte Abläufe sichern dabei die termingerechte Umsetzung. Hightech, die in laufende Prozesse integriert wird. Vom komplexen Röntgeninspektionssystem mit Fernwartungsmodul. Die Software-Integration ist dabei Teil der Lösung. Wir können im Endeffekt den Kunden überzeugen mit der Qualität, die wir abliefern. Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen. Die hochoptimierte Wertschöpfungskette erlaubt uns auch die Projekte durchzuführen, auch für Losgröße 1. Wir machen auch die Kontrolle im fertig verpackten Produkt. Es gibt vom Rohstoffzukauf her mit Sicherheit keine hundertprozentige Sicherheit. Wir finden von Steinen über metallische Fremdkörper auch Glasteile. Wir haben auch bei uns in der Firma die Kombination von Metalldetektor und Röntgengerät, dass wir ein möglichst sicheres Produkt an unsere Kunden verkaufen können. Sicherheit, die zertifizierte Prozesse verlangen. Und wenn es mal eine Frage gibt, ist der Mesotronic Service immer erreichbar und in ihrer Nähe. 40 Vertretungen für Kunden in 50 Ländern weltweit. Sicherheit made in Germany aus Kirchberg im Wald. Mesotronic – ein Unternehmen der Indus-Gruppe.